Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem nächsten Vorlesungsteil unserer Reihe Pharmakologie. Wir befinden uns immer noch im großen Umfeld Antibiotika und haben uns schon nach einer Einführungsvorlesung die Penicilline im Überblick und in der Anwendung gemeinsam erarbeitet und danach haben wir über Cephalosporine im Überblick und in der Anwendung gesprochen. Dieser Vorlesungsteil soll jetzt den Rest der Information in Bezug auf antibiotische Zellwandsynthesehemmung hier dann leisten. Das heißt uns fehlen einige Gruppen in Bezug auf Zellwandsynthesehemmung. Das sind zwei Gruppen die wir noch zu den Beta-Lactam-Antibiotika zu zählen haben, nämlich die Carbapeneme und die Monobactame. Und dann wird sich anschließend eine weitere Gruppe, die zwar funktionell mit der Zellwandsynthese interferiert, die aber jetzt nicht zu den Beta-Lactam-Antibiotika gehört und die neben der Hemmung der Transpeptidase, die ja durch Beta-Lactam-Antibiotika gewährleistet ist, einen völlig anderen Wirkmechanismus in der Peptidoglykanschicht hat. Und das sind die Glykopeptid-Antibiotika, die wir auch noch hier dann anschließen. Wichtig ist, dass wir mit der Gruppe der Carbapeneme und der Monobactame und der Glykopeptid-Antibiotika wichtige Reserve-Antibiotika hier entsprechend betrachten, sodass es eigentlich ganz sinnvoll ist, diese in diesem Vorlesungsteil den ursprünglichen Penicillinen und Cephalosporinen entgegenzustellen, die ja eigentlich mehr für die tägliche angewandte Praxis hier geeignet sind. Und hier haben wir es also mit Reserve-Antibiotika zu tun, bei schweren Mischinfektionen, vor allem der Intraabdominelle oder im Urogenitalsystem oder auch dann natürlich in den unteren Atemwegen, das heißt in Bezug auf die Lunge. Und ganz am Schluss, um das vollständig zu machen, werden wir noch kurz sprechen über das Phosphomycin, das ebenfalls ein Zellwandsynthesehemmer ist, sogar effektiv und noch zahlreiche resistente Keime dann auch antibiotisch erfasst, sodass wir das also nicht ganz ohne Grund hier bei den Reserve-Antibiotika betrachten. Es ist aber trotzdem eine Substanz, die man auch bei weniger schwerwiegenden Infektionen, wie zum Beispiel der unkomplizierten Cystitis einsetzt, sodass wir dann jetzt in diesem Film mit Carbapenemen, Monobactam, Glykopeptid-Antibiotika und dem Phosphomycin dann unsere Betrachtung der Zellwandsynthesehemmer in Bezug auf antibiotische Therapie hier entsprechend beenden können und auch dann verlassen können. Nach diesen einführenden Worten starten wir gleich mit der ersten wichtigen Gruppe, die hier noch zu besprechen ist, und das sind die Carbapeneme. Zu dieser Substanz ist zu sagen, das mache ich jetzt hier im Geld nochmal hinten dran, im Gegensatz zu Penicillin und Cephalosporinen handelt es sich hier um eine Reserve-Antibiotikum-Gruppe, die also, das werden wir gleich sehen, bei schweren Mischinfektionen, dann hier entsprechend zur Anwendung kommen. Wichtig ist auch, dass alle Carbapeneme, über die wir sprechen, parenterale Substanzen sind. Das bedeutet, sie sind oral nicht bioverfügbar, das heißt, sie müssen unter Umgehung des Phosphase-Effektes dann in der Regel intravenös hier appliziert werden. So, jetzt machen wir dasselbe, wie wir das mit Penicillin und Cephalosporinen gemacht haben. Wir schauen uns nochmal die Struktur an. Hier haben wir gesagt, ausgehend von unserer Penicillinstruktur, wo wir gesagt haben, das Haus des Nikolaus, unser entsprechendes Vierer-Ringsystem mit dem Sauerstoff, unserem Schwefel und dem Fünfer-Ringsystem, wo wir dann gesagt haben, entsprechend kann das substituiert werden und unser Beta-Lactam-Ring, der sich hier öffnet, um die Transpeptidase entsprechend zu hemmen. Dieser Ring ist bei den Carbapenemen modifiziert und jetzt mache ich das ein bisschen anders, das war vom Zeichnen her einfach. Jetzt ist hier in diesem Ringsystem ist jetzt der Schwefel ersetzt durch ein Kohlenstoffatom, das heißt, wir bekommen einen reinen Kohlenstoff-Ring, einen Fünfer-Ring, so dass sich unsere Struktur folgendermaßen gestaltet. Ja, das mache ich jetzt so, weil wir nämlich hier nochmal eine Doppelbindung entsprechend haben und dann haben wir entsprechende Substitutionen, ja, die wir hier haben und hier wird das entsprechend auch möglich, so dass wir jetzt sehen, Carbapeneme zeichnen sich dadurch aus, dass der ursprüngliche Schwefel der Penicilline durch ein klassisches Kohlenstoffatom hier entsprechend dann besetzt ist. Auch hier ist wieder gleich, ja, weil wir es mit einem Beta-Lactam-Antibiotikum zu tun haben, auch hier haben wir den Beta-Lactam-Ring, die Ringstruktur, die hier zu sehen ist, die würde sich genauso öffnen, um die Transpeptidase dann innerhalb der Peptidung-Gykan sich zu hemmen, so dass wir keine Verbindung mehr bekommen zwischen Oligopeptiden und unseren Acetylierten-Aminozuckern und wir denselben Effekt natürlich erhalten, den wir mit Penicillin und Cephalosporin in Bezug auf die Zellwandbindung dann hier entsprechend auch erhalten. Wenn wir die jetzt betrachten, die Carbapeneme mit dem Blick als Reserve-Antibiotika, nennen wir erst mal die relevanten Substanzen und hier haben wir vier Stück, die wir uns merken sollten, die man noch mal unterteilen kann in Klasse 1 und Klasse 2, Carbapeneme. Dann fangen wir mal an mit der Gruppe 1, hier würde gehören als erste Substanz das sogenannte Emipenem. Gleichzeitig würde hier hinein gehören das Mero-Penem und das Doripenem. Und dann hätten wir die zweite Gruppe, die wir hier noch zu benennen hätten und hier wäre eine Substanz und das wäre das Erta-Penem. Was ist jetzt zu diesen Substanzen zu sagen? Wir betrachten zuerst das Emipenem. Hier gibt es eine Besonderheit. Beim Emipenem ist die parenterale Bioverfügbarkeit gering. Das heißt, trotz intravenöser Applikation wird bei der Leberpassage die Substanz relativ effektiv abgebaut und ein Enzym, das dafür verantwortlich ist, dass die sogenannte Dihydropeptidase, die schreiben wir mal hier dazu, das bedeutet also, um ausreichend hohe Plasma-Level zu gewährleisten, das heißt, die Bioverfügbarkeit zu steigern, müssen wir einen Dihydropeptidase-Inhibitor hinzugeben und das ist das sogenannte Zylastatin. Ein Hämmer dieses Enzymsystems. Das bedeutet, in dieser Kombination erreichen wir ausreichend hohe Konzentration, das heißt, die Bioverfügbarkeit ist ausreichend gewährleistet. Dies gilt nicht für diese Substanzen hier. Wenn wir jetzt schauen, was haben wir für ein generelles Spektrum. Das schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Was aber ganz wichtig ist, Kapapineme haben ein sehr breites, und das schreiben wir vielleicht hier nochmal in breit, ein sehr breites Erreger-Spektrum Gram-positiver und Gram-negativer Keime. Ja, und dieses Spektrum ist so breit, dass man aufgrund der vielen Keime, die erfasst werden, auch oft das Problem hat, dass wir auch dann eine Interferenz bekommen mit unserer physiologischen, mikrobiologischen Fauna, die dann verdrängt wird und dann Sekundärinfektionen erlaubt. Da sprechen wir nachher nochmal drüber. Auch das ist natürlich ein Indiz dafür, dass wir hier eine sehr gute und breite Wirksamkeit hier haben. Und zu diesen Gram-positiven und Gram-negativen Keimen kommen auch noch anaerobe Keime dazu, die in unserem Fall dann in der Regel praktisch Gram-negativ sind. Deswegen schreibe ich das hier nochmal hin, sodass wir generell sagen können, Kapapineme, Reserveantibiotika mit sehr breitem Gram-positiven, Gram-negativen Wirkspektrum plus anaerobe und das schauen wir uns jetzt, wenn ich die Tafel sauber gemacht habe, nochmal ein kleines bisschen mehr im Detail an und kommen schon dann auf ein Problem zu sprechen, das wir in den vorhergehenden Vorlesungen schon angesprochen haben, nämlich den Bezug mit unserem Extended Spektrum Beta-Lacta-Masen und das werden wir uns ansehen, wenn ich mir hier Platz gemacht habe. Stopp, jetzt fällt mir gerade ein. Ja, bevor ich das jetzt wegwischen, wir sollten hier vielleicht noch drauf schauen, weil wir das nachher nicht mehr machen. Erdapinem ist, was das Resistenzverhalt angeht, ein wenig ungünstiger als die Gruppe 1 Kapapineme, weil wir nämlich wissen, dass, das machen wir dann hier nochmal dazu, dass es Resistenzen gibt, zunehmend Resistenzen und diese Resistenzen wären zum Beispiel Enterokokken, die in dem Sinne jetzt dann Resistenz sind gegen Erdapinem, dann unser Problem, kein Pseudomonas aeruginosa und ein zunehmend bei nosokomial erworbenen Pneumonien auftretender Keim, Acinetobacter, die würden eine Resistenz zeigen gegen Erdapinem. So, jetzt mache ich uns aber Platz und wir schauen uns nochmal das Erregerspektrum ein bisschen genauer an, in Bezug auf die Kapapineme. Was begründet Ihre gute Wirksamkeit und klinische Bedeutung als Reserveantibiotika? Das breite Wirkspektrum, Gram-Positiv, Gram-Negativ bis hin in den Anaromenbereich hinein. Wenn wir Gram-Positiv anschauen, dann sehen wir Staphylokokken, den wir hier hätten, und Streptokokken. Das bedeutet also Staphylokokken, Staphylokokken, Epidermiltus, satphythikus, Adephythikus haben wir überall schon drüber gesprochen, bzw. Streptokokken, Pyogenes, Pneumonien, die hier dazugehören. Und dann die erste Gruppe, ja, noch Enterokokken, die wir hier ausgeschlossen haben beim Erdapenil. So, sodass wir also das hier schon haben. Und was jetzt hier entsprechend wichtig ist, und das habe ich mir notiert, inklusive, und das gilt für Staphylokokken und Streptokokken, dass auch Methicillin-sensitive Keime, das heißt also Bakterien, die eine Beta-Lactamase-Aktivität, das heißt Penicillinase-Aktivität hier erworben haben, ebenfalls durch Karpapeneme dann entsprechend antibiotisch behandelt werden können. Das wäre also praktisch hier unser Methicillin-sensitiver Staph Aureus. Es wären aber auch, und deswegen schreibe ich das hier nochmal hin, Methicillin-sensitive Streptokokken, die hier ebenfalls dann entsprechend erfasst werden. So, wenn wir jetzt mal wichtig auf die Karp-negative Seite gehen, dort haben wir als erstes einen wichtigen Teil stehen, mit dem wir uns bei den Penicillin und Cephalosporin ja schon ständig auseinandersetzen mussten, nämlich Pseugomonas aeruginosa. Wo wir gesagt haben, in Bezug auf die Penicilline, hier brauchen wir mindestens ein Azylamino-Penicillin wie Piparacidin. Bei den Cephalosporinen, wo wir gesagt haben, hier gibt es nur zwei Substanzen, mit denen wir interferieren können, Ceptacidin und Cepepim, also aus der dritten und vierten Generation, hier geht das auch sehr gut mit entsprechend Karpapenemen. Und was wir dann haben, sind Vertreter der Enterobacteria 10, ja, das mache ich jetzt hier nochmal in weiß drüber. Der Enterobacteria 10. Und hier haben wir gesagt, hier haben wir eine Reihe von Problemkeimen, weil Enterobacteria 10 zunehmend ESBL-Aktivität erwerben, also Extended Spektrum Beta Lacta Mars. Und da haben wir vor allen Dingen zwei Keime hier entsprechend genannt. Und das war nämlich einmal unser E. coli und das war Klebsiella, und ich schreibe es hier nochmal drunter, Neumoniae. Wo wir gesagt haben, beide sind Enterobacterien, die relativ häufig schon ESBL-Aktivität besitzen, also Extended Spektrum Beta Lacta Marsen. Und das war hier jetzt nochmal wichtig, weil wenn wir nämlich das Extended Spektrum Beta Lacta Marsen dann aufgliedern in dem, was es bedeutet, das machen wir gleich nochmal extra auf dem Tafelbild, haben wir gesagt, unter ESBL verlieren Penicillide, Cephalosporin und Monobactame ihre Wirksamkeit. Also drei Gruppen unserer Beta Lactam-Antibiotika sind nutzlos. Und so wird klar, warum Carpapineme die Aktivität behalten, hier so wichtig sind, weil nämlich sie als Reserve-Antibiotika Probleme haben wie Pseudomonas aeruginosa, dann antibiotisch in Probleme bringen, beziehungsweise dann auch Enterobacterien, die sich eine ESBL-Resistenz hier entsprechend erworben haben. Und wenn wir jetzt zu dem Aneroben nochmal gehen, dann haben wir dort so Gattungen wie Bakterioides oder auch Fusobakterien. Ja, und jetzt habe ich hier die falsche Farbe genommen, um das nochmal abzusetzen. Das sind aber auch Gram-negative Stäbchen, ja, sodass wir also hier sehen, dass auch Obligat anerobe Bakterien durch Carpapineme antibiotisch behandelt werden können. Und das zeigt uns nochmal, und das wird jetzt hier die wichtige Take-Home-Message. Breites Wirkspektrum im Gram-positiven, Gram-negativen Bereich inklusive anerobe Bakterien. So, und jetzt schauen wir uns das nochmal an in Bezug auf die anderen Beta-Lactam-Antibiotika, um nochmal klarzumachen, warum Carpapineme einen so hohen therapeutischen Stellenwert besitzt. Betrachten wir die Aussage von eben nochmal, jetzt ganz explizit nochmal sichtbar an der Tafel. Carpapineme als wichtige Reserve Antibiotika in Bezug auf die Gruppe der Beta-Lactam-Antibiotika. Hier haben wir gesagt, zu den Beta-Lactam-Antibiotika, das heißt den Substanzen, die über Lactam in Öffnung die Transpeptidase in der Zellwand hemmen und damit die Peptidoglykanschichtbildung verhindern, haben wir Penicilline, Cephalosporine, Carpapineme und die Gruppe der Monopactame, die jetzt in dieser Vorlesung danach noch zu besprechen ist. Was wir das aber, wenn wir das aber in Beziehung setzen zu unseren ESBL-Resistenzen, das heißt Extended Spektrum Beta-Lactam-Masen, wo wir gesagt haben, hier haben wir vor allen Dingen Enterobakteria 10 wie Klebsälen oder auch E. coli, die zunehmend sich diese Resistenzen erwerben. Dann bekommen wir das Problem, dass vormals sehr gut über Beta-Lactam-Antibiotika zu behandelnde Keime wie E. coli oder unter Umständen auch Klebsälen dann nicht mehr zugänglich sind, weil ESBL hier jetzt interferiert mit unserem Beta-Lactam bzw. der Penicillin-Ringstruktur. Sodass wir jetzt sehen, von den Beta-Lactam-Antibiotika sind Penicillin, Cephalosporin und Monopactame ESBL-sensitiv. Das heißt, diese Keime können unsere Grundstruktur zerstören, die Wirksamkeit des Antibiotikums geht verloren. Eine einzige Ausnahme könnt ihr hier sehen, das sind unsere Carpapineme, die offensichtlich aufgrund ihrer Struktur noch nicht vollständig abgebaut werden können über diese Resistenzmechanismen. Und wir werden uns gleich noch anschauen, was sich da hinten dran versteckt. Sodass also genau dieser Ausfall oder dieses Alleinstellungskriterium ihre wertvollen oder praktisch zeigt, warum Carpapineme einen therapeutisch extrem hohen Wert besitzen. Weil sie nämlich die einzigen Beta-Lactam-Antibiotika sind, die wir hier für diesen Formenkreis einsetzen können. Hier erinnern wir uns nochmal und das haben wir in den vorhergehenden Vorlesungen auch schon angesprochen. Es sind aufgrund dieser Lactamase-Aktivität Beta-Lactamase-Inhibitoren entwickelt worden. Und hier erinnern wir uns, und ich blende die jetzt hier ein, das war also die Clavulansäure, das war das Sulbactam, Tazubactam und das Avibactam, die dann mit Beta-Lactam-Antibiotika in Kombination, wir erinnern uns also hier, Amoxicillin plus Clavulansäure, Ampicillin plus Sulbactam, Piparacillin plus Tazubactam oder auch das Tef-Tazidim mit dem Avibactam immer diskutiert wurde oder alternativ eingesetzt werden konnten oder alternativ diskutiert wurden im Einsatz gegen ESBL. Das ist aber, wenn man in die Literatur geht, offensichtlich wenig sinnvoll. Das heißt, es wird davon abgeraten. Das heißt also, das Umgehen der ESBL-Problematik unter Verwendung von Beta-Lactamase-Inhibitoren ist offensichtlich therapeutisch nicht sehr sinnvoll, sodass also letztlich in letzter Konsequenz tatsächlich nur die Kabapeneme hier dann bleiben aus der Gruppe der Beta-Lactam-Antibiotika, um diese Problematik antibiotisch eben entsprechend zu behandeln. Wie übersetzt sich das jetzt in die Anwendung? Dafür mache ich die Tafel frei, sodass wir uns das per Einblendung gemeinsam anschauen können. Was bedeutet das für den Einsatz? Die erste wichtige Information ist, was wir jetzt gesehen haben, Kabapeneme sind der Goldstandard für den Einsatz bei schweren Infektionen mit gram-negativen Keimen. Das ist also das Erste, was wichtig ist. Das bedeutet also, Kabapeneme sind, und hier oben steht es schon, Reserveantibiotika zur kalkulierten Interventionstherapie bei schweren Mischinfektionen, in der Regel ohne Antibiogramm. Das heißt also, wenn es noch nicht möglich war, eine Erregerbestimmung hier vorzunehmen. Das bedeutet, ganz konkret umgesetzt. Erstens komplizierte intraabdominelle Infektionen, dann schwere nosokomial erworbene Pneumonien, also unsere HAP, die wir schon besprochen haben, und dann auch komplizierte Harnwegsinfekte, die hier mit Kabapenemen entsprechend behandelt werden können. Was ist besonders zu beachten? Kabe, Vorsicht! Bei Kabapeneme. Kabapeneme werden renal ausgeschieden und besitzen renale Toxizität, sind also nephrotoxisch. Das heißt, Vorsicht bei Niereninsuffizienz, das ist der renalen Ausscheidung der Substanzen hier geschuldet. Dann haben wir gesagt, durch ihre hervorragende breite Wirksamkeit gegen gram-positive, gram-negative Erreger, wird unser eigenes physiologisches, mikrobiologisches Environment getroffen. Das heißt, die Flora wird stärker geschädigt als bei anderen Antibiotika-Gruppen. Das heißt, also hier können dann Sekundärinfektionen auftreten durch Ausbreitung dann unter Umständen gefährlicher Keime oder dann, wenn es blöd läuft, auch resistenter Keime. Hier denken wir vor allen Dingen mal an die Pseudomembranöse Colitis, wo wir dann im Darm Platz schaffen für Clostridium difficile mit seiner schweren Verlaufsform schleimige, blutige Durchfälle, die dann ausgelöst werden können. Dann können Candida-Infekte, das heißt also Pilzinfektionen provoziert werden. Klar, da wo die normale bakterielle Fauna verloren geht, finden Pilze dann auch vermehrt Platz, sodass wir hier vor allen Dingen neben der Nefrotoxizität vor allen Dingen die Gefahr der Sekundärinfektion entsprechend im Kopf haben müssen. So, jetzt schauen wir uns einen letzten Aspekt nochmal gemeinsam an. Ich nehme jetzt gleich das Tafel nochmal weg, sodass wir genügend Platz haben an der Tafel. Dann werden wir uns nochmal dem Problem der ESBL-Resistenzen zuwenden, dass wir zumindest nochmal darüber gesprochen haben, dass Sie ein bisschen was damit anfangen können, was sich hinter der ESBL versteckt, wie das vermittelt ist und ob es unter Umständen auch schon eine Situation gibt, wo jetzt auch unsere Carbapeneme dann nicht mehr ausreichen, um entsprechende schwere Infektionen zu behandeln, weil zusätzlich zur ESBL dann weitere problematische Ereignisse in Bakterien stattgefunden haben. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So betrachten wir nochmal das Problem der Extended-Spektrum-Beta-Lactam-Masen. Das sind Resistenzen gegen unsere Penicillin-Grundstruktur, vor allem gegen den Beta-Lactam-Ring. Enzyme, die in der Lage sind, den Beta-Lactam-Ring zu öffnen und ihn damit zu inaktivieren, weil wir ja gesehen haben, die Öffnung des Beta-Lactam-Rings sollte erst im aktiven Zentrum der Transpeptidase erfolgen, die dieses Molekül als falsches Substrat benutzt und dann kommt es zur kovalenten Bindung und zur Inaktivierung der Transpeptidase wird der Lactam-Ring vorher geöffnet, geht die Wirkung verloren. Sodass wir also es bei den ESBL damit zu tun haben, dass jetzt hier kleine Ringsysteme, DNA-Ringsysteme zirkulieren, die sogenannten Plasmide, die dann von Bakterien zu Bakterien weitergegeben werden können, auch über Speziesgrenzen hinweg. Das funktioniert sehr gut. Und die kodieren sogenannte mutierte, das heißt veränderte Beta-Lactam-Ring, die sich dann zunehmend natürlich dann entsprechend auch alle verschiedenen veränderten Formen von Beta-Lactam-Strukturen vornehmen, wie wir es in Penicillinen, Cephalosporinen, Monopactamen und so weiter kennengelernt haben. Ja, sodass sich also diese Resistenzen verteilen und über Plasmide erwerben sich dann unter anderem Enterobakterien dann diese ESBL-Resistenzen. Dann haben wir gesehen, hat sich die ESBL erstmal in Form einer Resistenz dann manifestiert. Dann verlieren wir die Wirksamkeit, und ich schreibe es hier nochmal hin, von Penicillinen, von Cephalosporinen und unserer Monopactame, wir haben ja dann darüber gesprochen. Dann ist die Lösung, wo wir gesagt haben, es sind verschiedene Beta-Lactamase-Inhibitoren entwickelt worden. Ich blende sie hier nochmal ein. Das war also die Plavolansäure, Sulbactam, das Tazobactam und das Avipactam, wo wir aber gesagt haben, deren Einsatz zur Umgehung des ESBL-Problems, der ist nicht sinnvoll. Ja, das heißt also praktisch, wir können hier, wenn wir hier jetzt Beta-Lactamase-Inhibitoren hier hinzufügen, mache ich mal ein großes Fragezeichen hin, sodass wir sehen können, dass das nicht sinnvoll ist. Dann haben wir gesehen, dass eine vernünftige Lösung ist, der Einsatz von Kabapinemen, weil die, wie wir eben gesehen haben, noch ESBL-stabil sind. So, und jetzt mache ich mir für einen letzten Aspekt nochmal die Tafel frei, weil jetzt werden wir sehen, dass wir etwas beobachten, was wir dann auch initial in der Einführungsvorlesung schon beobachtet haben, ja, als wir über den Methicillin-sensitiven Stoff Aureus und dann über den Methicillin-resistenten Stoff Aureus und dann über Vancomycin-resistenten Stoff Aureus gesprochen haben, dass entsprechend der Selektionsdruck durch Antibiotika dann zu entsprechenden Reaktionen führt. Und das haben wir natürlich im Fall der Kabapineme auch. Das heißt also, wir betrachten jetzt zunehmend das Erscheinen auch Kabapineme-resistenter Keime, sodass also dann, wenn selbst Kabapineme, ja, durch eine weitere Form von ESBL, nämlich Kabapinemasen, abgebaut werden können, dann sind wir plötzlich in der Situation, wo kein einziges unserer Beta-Lactam-Antibiotika noch irgendeine biologische Wirkung dann in diesen resistenten Keimen entfalten kann. Und das schauen wir uns noch ganz kurz auf dem letzten Tafelbild gemeinsam an. Schauen wir uns noch ausgehend jetzt von den Kabapinemen, die zunehmend prekärer werdende Resistenz-Situation an. Jetzt haben wir gesagt, Kabapineme immer noch zur Zeit gut gegen ESBL-Keime. Jetzt beobachten wir aber den Zustand, dass zunehmend klinisch relevante Keime auch Kabapinem-resistent werden, weil sie jetzt ebenfalls eine besondere Form der Beta-Lactamase exprimieren, die Kabapinemasen, die jetzt in der Lage sind, unsere Kabapinem-Grundstruktur zu öffnen und das Molekül wirkungslos werden zu lassen. Hierzu gehören alte Bekannte, die uns jetzt schon oft begegnet sind, nämlich Klebsiella Pneumoniae, Escherichia coli, klassischer Vertreter der Enterobacterien. Bei diesen beiden haben wir ja schon immer gesehen, die hatten die ESBL-Problematik ohnehin schon. Dann Pseudomonas aeruginosa, das heißt ein Problemkeim, den wir ohnehin schon relativ schwierig antibiotisch behandeln können. Wir erinnern uns nochmal Piperacillin, Azylaminopenicillin oder dann Zeftacidin, Zefepim, also schwierig. Auch der erwirbt sich Kabapinemase-Aktivität und dann auch Acinetobacter baumanii, ein Keim, der vor allem bei nosokomialen Infektionen immer wichtiger wird. Ja, sodass wir jetzt multiresistente Keime bekommen und die möchte ich jetzt gerne hier oben nochmal an die Tafel bringen und wir sprechen dann plötzlich von sogenannten 4mRNG-Erregern. Und auch das blende ich ein, was versteckt sich wieder? 4mRNG, das ist ganz einfach, das heißt also 4, das heißt 4 Resistenzen, vierfach multiresistente, und jetzt habe ich es natürlich wieder genau falsch rum, aber ich korrigiere das jetzt, sehen Sie es mir nach, bei der Ausformulierung trifft man es dann hin. Das heißt also vierfach multiresistente Gram-negative Erreger. Das heißt Gram-negative Erreger, wie unsere Kandidaten hier, die neben der Kabapinemase-Aktivität weitere Resistenzen erworben haben und das wären, und ich schreibe das jetzt hier nochmal hin, das wäre erstens die Resistenz gegen Kabapineme. Dann hätten wir zweitens die Resistenz gegen Fluor-Shinolone, eine Gruppe ganz wichtig, die wir auch noch zu besprechen haben. Dann drittens eine Resistenz gegen Piperacilin, ja, das wir immer hatten, wenn wir über Pseudomonas hier entsprechend dann gesprochen haben, und gegen eine ganz wichtige weitere Gruppe, nämlich Cephalosporine, und zwar der dritten Generation, und die haben wir, wenn Sie sich erinnern, mögen an unsere Anwendungsvorlesung Cephalosporine, ja ganz häufig, vor allem mit ganz wichtigen Vertretern wie Cephotaxim oder Zeftriaxon, die ja bei schweren Infektionen dann auch schon eingesetzt werden, sodass wir jetzt sehen, dass zu den Kabapinemen Resistenzen, weitere Resistenzen dazukommen, und dann sprechen wir, wie gesagt, von den Vierfach-Multiresistenten, Gram-negativen Erregern. Und jetzt stehen wir da, und jetzt gucken wir da drauf, und sagen wir, das ist jetzt aber ganz schön blöd, ja, das ist ganz schön, ich sag's jetzt mal drastisch beschissen, weil unsere Penicillin, also unsere Beta-Lactam-Antibiotika in kompletter Form nicht mehr wirken. Penicillin, Cephalosporine, Kabapineme, Monobactame sind hier wirkungslos geworden, Fluorginolone, unser stärkstes wirksames Azylamino, Penicillin wirken nicht mehr, Cephalosporine der dritten Generation wirken nicht mehr, was machen wir? Und dafür schauen wir uns das vielleicht hier noch auf der Seite an, das heißt also, was bleibt uns jetzt für Lösungen zur Behandlung dieser multiresistenten Gram-negativen Keime? Und die erste Lösung, die hier zu nennen wäre, das wäre das Cholestin. So, Cholestin ist ebenfalls eine Substanz, die mit Zellwandsynthese interferiert, aber auch nicht über Transpeptidase und auch nicht wie die Glykopeptid-Antibiotika. Cholestin wird auch bezeichnet als Polymyxin E. Polymyxin E und das ist nichts anderes als ein LPS-bindendes Molekül. Und LPS steht für Lipopolysaccharide. Und diese Lipopolysaccharide sind Bestandteile der Gram-negativen bakteriellen Zellwand. Und Polymyxin E respektive Cholestin kann LPS binden und stört damit ganz empfindlich die Zellwandsynthese. Wir schauen hier also nochmal auf einen anderen Mechanismus der Zellwand-Synthesehemmung. Und das funktioniert gut, wenn wir es mit multiresistenten Gram-negativen Erregern hier zu tun haben. Dann taucht eine Gruppe wieder aus der Versenkung auf. Das sind Aminoglycoside, die eine Lösung bilden können, weil sie Protein-Biosynthesehemmer sind. Also jetzt einen ganz anderen Angriffspunkt hier letztendlich besitzen. Und die erleben in dem Sinne ein Stückchen hier dann ein Revival. Dann haben wir eine ganz wichtige Substanz. Das ist ein Tetrazyklinderivat. Und zwar das Tgzyklin. Und Tgzyklin ist eine ganz potente Substanz. Das machen wir nochmal hinten dran. Die ist gegen zahlreiche resistente Keime einsetzbar. Zum Beispiel MRSA, also unser Mitizinin. Resistenter Stoff Aureus, den bekommen wir. Wir bekommen Vancomycin-resistente Enterokokken. Und wir bekommen unsere ESDL-Keime ebenfalls hier dann gut behandelt, sodass wir das ebenfalls als Alternative haben. Und dann haben wir ein schon uraltes Antibiotikum, das es schon lange gibt. Und das wir jetzt nachfolgend noch besprechen werden. Das wäre das Phosphomycin, das ebenfalls ein Zellwandsynthesehemmer hier letztendlich ist. Und dann findet man in der Literatur manchmal noch die Kombination aus Zephtacitin, also einem Zephalosporin der dritten Generation, in Kombination mit dem Beta-Lactamase-Inhibitor Avibactam. Aber da haben wir schon drüber gesprochen, dass wir gesagt haben, das ist in der Regel keine gute Lösung, sodass wir auf die vier noch möglichen Lösungen oder vier wichtige gute Lösungen hier im Schauen zur Behandlung von vierfach multiresistenten, gram-negativen Erregern. So, damit hätten wir die Kabapineme besprochen, hätten ihren hohen therapeutischen Wert herausgestellt, haben klargestellt, dass vor allen Dingen schwere Mischinfektionen dann behandelt werden können, weil sie ein breites Spektrum gram-positiver, gram-negativer Erreger plus Anaerobie abdecken und dass zunehmend jetzt auch Kabapineme-Resistenzen zu beobachten sind, die wir jetzt funktionell geklärt haben und wo wir auch entsprechende Alternativen hier gemeinsam betrachtet haben. Damit hätten wir eigentlich die Kabapineme abgehandelt und wir könnten es dann jetzt der nächsten Gruppe zuwenden und das wären die Monobactam. Wenden wir uns nach den Kabapinemen der nächsten Gruppe und der letzten Gruppe jetzt der Beta-Lactam-Antibiotika zu und das sind die sogenannten Monobactam, wobei das nicht ganz stimmt. Eigentlich können wir das nicht im Plural hier benennen, weil wir haben nur eine einzige Substanz, die in die Gruppe der Monobactam gehört und die in der Therapie eingesetzte Substanz nennt sich Aztrionam. Auch hier geht wieder, Monobactame sind Reserve-Antibiotika und wir werden gleich sehen, wofür man sie einsetzt und auch hier ist keine orale Applikation möglich, sodass es sich auch hier um parenteral zu applizierende Substanzen handelt. Das Erste, was wir jetzt wieder machen, wir schauen uns die Grundstruktur an der Monobactame, also hier des Aztrionams und hier ist der Beta-Lactam-Ring stark modifiziert, und zwar in einer Art und Weise, dass er so modifiziert ist, dass nur noch die Laktonstruktur hier geblieben ist. Das bedeutet, wir betrachten, wenn wir die funktionelle Struktur anschauen, der Monobactame eigentlich auf die essentielle Struktur, die in der Lage ist, mit Transpeptidasen hier zu interagieren. Und das ist hier unsere Lacton-Ringstruktur und dann haben wir hier entsprechend Substituenten und wir haben auch am Stickstoff einen weiteren Substituenten und das ist eine sogenannte Sulfhydrylgruppe. So sieht das aus, das heißt also, wir sehen von unserem Haus des Nikolauses nicht viel übrig geblieben, das heißt also, auf die essentielle funktionelle Struktur reduziert, die dann unter Öffnung dieser Struktur hier sich mit Transpeptidasen in dem Sinne verbinden kann. Schauen wir uns kurz und knapp an. Das Wirkspektrum Aztrionam als parenteral zu verabreichendes Reserveantibiotikum hat ein breites Wirkspektrum in den Gram-negativen Bereich, also Gram-negative Bakterien mit der Einschränkung, dass nur obligate aerobe Bakterien hier antibiotisch zu behandeln sind. Das heißt, anerobe Keime entgehen dem Wirkspektrum des Aztrionams. So haben wir den Vorteil, ja auch Pseudomonas aeruginosa behandeln zu können und hier praktisch vor allen Dingen, wenn wir über Gram-negative Aerobe Keime sprechen, ist die große Gruppe der Enterobakteria 10 hier entsprechend gemeint. Wie sieht es aus mit der ESBL-Problematik, die wir eben angesprochen haben? Da haben wir ja schon gesehen, dass praktisch die ESBL-Sensitivität die Penicilline betrifft, die Cephalosporine betrifft und auch hier unser Monobactam-Antibiotikum Aztrionam. Dieses ist zwar Beta-Lactamase stabil, ja, das nutzt aber nicht viel, weil es gegen ESBL instabil ist. Das heißt also, dieses sich ausbreitende klinische Problem, das führt dazu, dass Aztrionam eben hier in diesem Sinne nicht eingesetzt werden kann, sodass tatsächlich die Kapapeneme in dem Sinne hier in der Gruppe der Beta-Lactamase-Antibiotika ein Alleinstellungsmerkmal besitzen. So, jetzt mache ich uns die Tafel nochmal frei und dann werden wir uns die fehlende Information, die wir noch brauchen zum Aztrionam, wieder als Einblendung an der Tafel gemeinsam anschauen. Ich habe die fehlende Information hier jetzt nochmal auf meinem Zettel. Das heißt also, Aztrionam als Monobactam ist wirksam gegen fast alle Gram-negativen Aeroben-Keime inklusive Enterobakterien und auch Pseudomonas. Wofür setzen wir Monobactam ein? Und hier haben wir, erstens wäre eine mögliche Anwendung beim Einsatz bei Infektionen des Darmes, also Darminfektionen und hier in Verbindung mit dem Metronidazol, das vor allen Dingen im Anaeroben-Bereich dann seine Wirkung unter reduzierenden Bedingungen entfaltet, in Kombination, also Darminfektionen des Bauchraums. Dann zweitens haben wir ein Reserve-Antibiotikum mit dem Aztrionam bei Infektionen der Harnwege und mit Glindamycin als Kombination bei gynäkologischen Infektionen. Also das kann man in den Leitlinien und auch in den Lehrbüchern finden. Jetzt kommen wir aber zur Hauptanwendung. Das heißt, Aztrionam findet hauptsächlich Anwendung in der Behandlung der zystischen Fibrose, das heißt in Verbindung mit Mukoviszidose. Und hier geht es darum, eben einfach eine oft auftretende chronische Pneumonie unter Pseudomonas erbogenosa antibiotisch zu kontrollieren. Und dann appliziert man das Aztrionam per Vernebler, das heißt also praktisch wird nicht parenteral, sondern durch Einatmen über einen Vernebler dementsprechend appliziert. Und diese über einen Vernebler gegebenen Aztrionam-Zufuhr in praktisch die Lunge ist die Hauptanwendung in der Behandlung von chronischen Pneumonien in Verbindung mit Mukoviszidose. Wir kommen zu einer weiteren Gruppe von Antibiotika, die jetzt nicht mehr zu den Beta-Lactam-Antibiotika gehören, aber trotzdem in unseren Formkreis Hemmung der Zellwand-Synthese noch gehören. Und das sind die Glykopeptide. Bei den Glykopeptid-Antibiotika handelt es sich ebenfalls um Reserve-Antibiotika vor allen Dingen, dann auch zur Behandlung vor allen Dingen oder ausschließlich krampositiver Problemkeime und das werden wir gleich anschauen, warum. Die zur Verfügung stehenden Substanzen sind ebenfalls nur parenteral entsprechend verfügbar, das heißt unter Umgehung des First-Pass-Effektes. Ja, man kann sie aber auch Ora geben und diesen Aspekt, den schauen wir uns dann gleich nochmal an, wie man hier eine Null-Pio-Verfügbarkeit dann trotzdem sehr schön therapeutisch nutzen kann. Was haben wir für Substanzen? Die erste Substanz wäre das Vankomycin und die zweite Substanz wäre das Taikoplaning. Beide Substanzen müssen parenteral appliziert werden, unterscheiden sich dann aber in ihrer Halbwertszeit. Die ist für das Vankomycin relativ kurz. Hier haben wir eine Eliminations-Halbwertszeit von ungefähr fünf Stunden, wenn Taikoplaning sehr viel länger wirksam ist, weil es eine hohe Plasma-Eiweißbindung macht, das heißt ein Depot im Blut wird gebildet nach parenteraler Applikation, sodass wir praktisch über 30 Stunden Halbwertszeit haben. Also hier unterscheiden sich beide Substanzen schon in ihrer Eliminations-Halbwertszeit, das heißt praktisch gesehen in der Wirkdauer. So, jetzt müssen wir uns als nächstes anschauen, wie Glykopeptide wirken und wie es sich erklärt, warum Glykopeptide nur gegen Gram-positive Bakterien eingesetzt werden können. Und hier können Sie sich wahrscheinlich schon denken, weil das haben wir uns ja in den ersten Vorlesungen ja schon erarbeitet, wo wir die Unterschiede herausgearbeitet haben zwischen der Zellwand von Gram-positiven und Gram-negativen Keimen und das müssen wir jetzt nochmal bemühen, um zu verstehen, warum eben unsere Reserve-Antibiotika, die Glykopeptide nur gegen Gram-positive Keime einsetzbar sind. Und das werden wir machen, indem wir zuerst uns mal anschauen, die komplexe Struktur eines Glykopeptid-Antibiotikums, dass wir mal eine Vorstellung bekommen und dann wird das natürlich sofort direkt klar, warum natürlich nur Gram-positive Bakterien hier entsprechend antibiotisch betroffen sind. Dafür nehme ich jetzt die Information von der Tafel weg und wir schauen uns mal die Strukturformel des Vakumezins an. Betrachten wir mal gemeinsam hier das Vakumezin. Das ich uns als Strukturformel schon mal auf die Tafel projiziert habe und ich hoffe, man kann es trotz des Blendeffektes hier ganz gut sehen, dass es sich beim Vakumezin um ein äußerst komplexes Molekül handelt mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allein 7 Ringsystemen, die entsprechend komplex miteinander verboten sind. Und jetzt ist natürlich ganz klar, warum unsere Glykopeptid-Antibiotika nur bei Gram-positiven Bakterien hier wirken. Und ich mag es gar nicht mehr an die Tafel anmalen, weil wir haben es jetzt schon mehrfach im Rahmen der Antibiotika-Vorlesung gesehen. Nur nochmal wichtig, dass Sie sich erinnern, bei Gram-positiven Bakterien war die Peptidoglykanschicht, also der Zellkorb, der Zellwandkorb nur durch eine dünne Polysaccharid-Schicht von der Außenwelt abgetrennt, sodass also chemische Substanzen ohne Probleme direkt mit der Peptidoglykanschicht hier interagieren konnten. Deswegen wirken die ursprünglichen Penicillinen auch sehr gut gegen Gram-positive Bakterien, weil sie direkt die Peptidoglykanschicht hier penetrieren konnten und konnten unsere Transpeptidase dann entsprechend enzymatisch ausschalten. Das gilt hier auch für unseren Glykopeptid-Antibiotika, die ebenfalls jetzt mit einem Zellwandbestandteil interferieren. Und zwar binden sie an den C-Terminus unserer Oligopeptide. Ja, wenn Sie sich praktisch hier erinnern mögen, wo wir gesagt haben, dass diese Oligopeptide dazu gebraucht werden, um unseren acetylierten Aminozucker, nämlich N-Acetylmoraminsor und N-Acetylglucosamin, unter enzymatischer Aktivität der Transpeptidase miteinander zu verknüpfen und so einen stabilen Zellkorb hier praktisch entstehen lassen. Und dieser Effekt wird durch Glykopeptid-Antibiotika aufgehoben. Schauen wir uns noch kurz an, wie diese komplexen Glykopeptid-Moleküle jetzt unsere Korbstruktur der Zellwand auflösen und damit Bakterizid wirken, weil die Bakterien dann lysieren. Wir haben gesehen, Penicilline machen das, indem unser Laktonenring öffnet und die Beta-Lactam-Struktur des Penicillins anhängt an die sogenannte Transpeptidase, deren Aufgabe es war, unsere acetylierten Aminozucker, nämlich N-Acetylmoraminsor und N-Acetylglucosamin miteinander zu einem Korb zu verknüpfen. Das läuft hier anders, weil die Transpeptidase ist raus, die ist hier nicht das Zielmolekül, sondern die Oligopeptide selbst sind das Zielmolekül. Und wie es der Name schon sagt, als Oligopeptid, als kleine Aminosäurekette, muss natürlich unser Oligopeptid einen sogenannten Aminotherminus besitzen, also ein N-Terminales Ende und entsprechend einen Carboxy-Terminus, das heißt ein C-Terminales Ende besitzen per Definition, weil alle Peptide, Proteine genauso entsprechend aufgebaut sind. Und was jetzt unser Glykopeptid-Antibiotikum macht, und da bleiben wir mal bei der roten Farbe, das hängt sich jetzt ans C-Terminale Ende der Oligopeptide. Und Sie haben ja gesehen, was es für ein riesiges Molekül ist, das heißt also unser Glykopeptid-Antibiotikum mit seiner Struktur von mindestens sieben Ringsystemen wird sich verbinden mit dem C-Terminus des Oligopeptids, und dementsprechend steht der C-Terminus nicht mehr zur Verfügung für die Verknüpfung, wobei wir sehen ja, wir brauchen C- und N-Terminus für eine entsprechende Verknüpfung unserer azipilierten Aminozucker. Das heißt, ein Ende bleibt frei, das heißt die Korbstruktur, die geht entsprechend verloren, die Korbstruktur, die Zellbahnstruktur, die Peptidoglykanstruktur wird zunehmend instabil, und die Bakterien können hier entsprechend misieren, so dass wir jetzt sehen, dass es natürlich klar ist, warum nur Gram-positive Keime jetzt mit dem Vancomycin oder Sensitiv-Sinn-Gings-Vancomycin, dieses große Molekül, kann direkt mit der Peptidoglykanschicht interagieren und kann sich an das C-Terminale Ende der Oligopeptide anheften und somit den Aufbau des Peptidoglykankorps, also komplett nicht enzymatisch, dann entsprechend aufheben. Und andersherum sehen wir, warum wir natürlich keine Gram-negativen Keime bekommen. Das riesige, große, komplexe Molekül kann eben nicht die Phospholipid-Biomembran passieren, die über der Peptidoglykan-Zellbahn liegt, so dass Gram-negative Bakterien völlig insensitiv sind gegen unsere Glykopeptid-Antibiotika. Jetzt betrachten wir das nochmal ganz kurz, wie wir das auch eben gemacht haben für ESPL, unter dem Aspekt der Resistenz und dafür mache ich uns gerade Platz auf der Tafel und dann schauen wir, da wagen wir da nochmal einen Blick drauf, weil das ganz interessant ist, auch nochmal hier gemeinsam zu besprechen. Diese interessante Wirkweise, das heißt also praktisch die sterische Inaktivierung unserer Oligopeptide am C-Terminus und damit Auflösung der Korbstruktur führt dazu, dass das Spektrum der Glykopeptid-Antibiotika definitiv auf den Gram-positiven Bereich beschränkt bleibt, haben wir gerade uns klar gemacht, warum. Das bedeutet also Gram-positive Erreger plus natürlich auch unser Metizillin-resistenter Stoff Aureus, der dann trotz erworbener Isoxazyl-Penicillin-Resistenz dann entsprechend mit einem Glykopeptid-Antibiotikum antibiotisch behandelt werden kann. Soviel nochmal zum Spektrum. Auch hier haben wir gesagt, natürlich Reserve-Antibiotika. Dann haben wir gesehen, in unserer ersten Vorlesung bei Penicillin hat sich das angedeutet, dass wir natürlich Resistenzprobleme haben. Das haben wir auch eben weiter ausbreiten können über die Beta-Lactam-Antibiotika hinweg, mit der ESWL-Problematik. Auch hier entstehen in Bezug auf Glykopeptide Resistenzen. Und die wurde das erste Mal isoliert um das Jahr 2002 herum, sodass wir es jetzt plötzlich mit Glykopeptid-resistenten Erregern hier zu tun haben. Und das liegt einfach daran, dass die Bakterien auf die Glykopeptid-Behandlung antworten, indem sie ganz einfach ihre Oligopeptide modifizieren. Das heißt also, der C-Terminus des Oligopeptids wird verändert. Und zwar findet dort ein Aminosäure-Austausch statt. Und am C-Terminus finden wir jetzt die Aminosäure Serin. Und jetzt hat das zur Folge, dass unser Glykopeptid-Antibiotikum nur noch weniger Wasserstoffbrücken ausbilden kann. Das heißt also, die Bindungsstärke lässt nach. Und das führt dazu, dass durch die Verminderung der Wasserstoffbrücken, ich glaube, es ist nur eine einzige Wasserstoffbrücke, die weggeht, aber das macht einen dramatischen Effekt schon aus, sodass wir also unter diesen modifizierten Oligopeptiden dann einen etwa tausendfachen Wirkverlust unserer Glykopeptide dann erfahren. Das heißt, die wirken also tausendfach schwächer durch den Austausch. Und die Bakterien selbst sind in der Lage, diese Resistenzen einmal Plasmid-codiert weiterzugeben, sodass also über Plasmide diese veränderten Oligopeptide weitergegeben werden. Oder sie können entsprechend auch diese Information in ihr Genom einbauen und somit damit entsprechend alternativ dann unter antibiotischem Druck zur Verfügung haben. Das führt jetzt dazu, dass die Veränderung der Oligopeptide, Glykopeptid-resistente Keime hervorbringt. Die hat man zuerst bezeichnet als Vankomycin-resistente Enterokokken, weil man praktisch diesen Effekt gesehen hat nach Vankomycin-Therapie. Das gilt aber genauso für unser länger wirksames Taigoplanin, sodass wir eigentlich korrekterweise nicht auf einen isolierten Vankomycin-Effekt schauen. Wir haben deswegen von Vankomycin-resistenten Enterokokken hier sprechen sollen, sondern wir könnten es genereller korrekter bezeichnen als GRE, das heißt Glykopeptid-resistente Enterokokken, weil beide, Vankomycin und Taigoplanin, beide hier entsprechend die Wirkung umgangen wird. Und diese Resistenz ist mittlerweile auch übergegangen auf Staphylokokken, sodass wir dann also auch hier eine unangenehme multiresistenten Keime dann bekommen, nämlich den Vankomycin-resistenten, Medizin-resistenten Staph Aureus, sodass Sie sehen, dass sich das Problem hier entsprechend amplifiziert, sodass also seit dem Jahr 2002 etwa wir auch diese Vankomycin-respektive Glykopeptid-Resistenzen hier haben. Wie löst man das dann? Auch hier haben wir noch eine Handvoll Möglichkeiten. Eine Möglichkeit der Behandlung wäre dann das Tigezyklin, das ist ein Tetrazyklin-Derivat, über das wir noch sprechen werden. Das wirkt gut gegen sowohl Extended-Spektrum-Lactamase, da haben wir es eben schon mal erwähnt, aber auch hier gegen unsere Glykopeptid-resistenten Keime. Dann Linizolid, ebenfalls ein Antibiotikum, das nur gegen Gram-positive Erreger wirkt, inklusive Gram-positive multiresistente Keime. Also die werden hier mit ausgeschaltet über eine Initiationshemmung in der Proteinsynthese. Das heißt, wir haben hier also mit einem Proteinsynthese-Hemmer zu tun, der aber auf Gram-positive Bakterien beschränkt ist und das herkömmliche Phosphormizin als Epoxid-Antibiotikum kann eingesetzt werden, über dessen Wirkweise wir gleich nachfolgend dann noch sprechen werden und dann wird klar, warum natürlich Phosphormizin ebenfalls hier entsprechend geeignet ist. Zum Abschluss der Glykopeptide, die fehlende Information wieder als Einblendung an der Tafel, was ist zu beachten beim Einsatz der Glykopeptide, was für Nebenwirkungen können unter Umständen hier auftreten. Wichtig ist, Glykopeptide sind ototoxisch und nephrotoxisch. Das heißt also hier ein bisschen Obacht, wenn weitere ototoxische Substanzen, ja ich denke da zum Beispiel an Schleifendiuretika eingesetzt werden oder weitere nephrotoxische Substanzen eingesetzt werden, unter Umständen Aminoglykoside zum Beispiel, ja die auch eine relativ hohe Nephrotoxizität haben. Dann ist zu beachten, Glykopeptid-Antibiotika haben wir eben gesagt, nur parenteral, das heißt die werden intravenös appliziert, das muss langsam geschehen, um eine pseudoallergische Reaktion zu vermeiden, das heißt also die nicht allergene Freisetzung von Histamin aus Mastzellen zu vermeiden, infundiert man zu schnell, kommt es zu einer Histaminfreisetzung, das heißt zu einer Redman-Symptomatik, das heißt Exantheme, ja Ödeme, die sich bilden, unter Umständen dann auch mit einer massiven Blutgefäß-Dilatation durch das Histamin und damit einem Blutdruckabfall, eine orthostatische Hypotonie, die entsprechend ausgelöst werden kann. Gleichzeitig kann man eine Phlebitis dann hier ebenfalls auslösen, das heißt also hier eine Entzündungsreaktion unserer, oder praktisch des Endothels unserer Venen. Was für Indikationen, die haben wir eben gehabt, Indikationen haben wir gesehen, also hier vor allen Dingen ein Gramm-Positive Problemkeime, das heißt also Medizillin-resistenter Staph Aureus, ja, und dann ganz interessant hier, kann man jetzt die geringe Bio-Verfügbarkeit der Glykopeptide nochmal nutzen, ja, nach oraler Gabe ist die Bio-Verfügbarkeit null, weil der Darmbereich, oder es wird nicht resorbiert, der Darmbereich kann nicht verlassen werden. Deswegen sind diese Substanzen idealerweise geeignet, um eine pseudomembranöse Colitis hier zu behandeln, also eine unter Umständen Antibiotika-induzierte Durchfallerkrankung, ja, mit blutig-schleimigen Durchfällen ausgelöst durch Clostridium difficile, und Clostridium difficile als Gram-Positives Obligat-Anerobes Stäbchen, wir erinnern uns an die Penicillin-Vorlesung, also den ersten Vorlesungsteil, klassisch Gram-Positiv, damit natürlich super zugänglich für unsere Glykopeptid-Antibiotika, und wenn man das dann oral aufnimmt, dann bekommen wir natürlich unser Vancomycin in den Magen-Darm-Trakt, dort hat es eine besonders starke Wirkung dann auf Clostridium difficile, und wir brauchen mit keinerlei systemischen Wirkungen hier zu rechnen, sodass das ein sehr schönes Beispiel für eine Medikamentenanwendung ist, wo eine Bio-Verfügbarkeit von Null eigentlich eine sehr günstige Eigenschaft ist, um sie therapeutisch hier entsprechend zu nutzen. So, damit wäre alles gesagt über unsere Reserve-Antibiotika in Bezug auf die Glykopeptide, und das Letzte, was uns noch fehlt, ist ein Netz, auch im Gegensatz zu den anderen Präparaten, wie wir besprochen haben, jetzt ein Antibiotikum, das durchaus im alltäglichen Gebrauch dann eingesetzt werden kann, und das ist das Phosphomycin. Kommen wir zum Ende der Vorlesung zur letzten Substanz, die dann auch unsere Betrachtungen der antibiotischen Intervention in Bezug auf Zellwandsynthese dann bildet. Phosphomycin, einerseits ein in Anführungszeichen allerwelts Antibiotikum, oft benutzt zur Behandlung der unkomplizierten Cystitis, das schauen wir uns gleich an, auf der anderen Seite aber auch ein ganz wichtiges, ja, ich sag's einfach mal, Reserve-Antibiotikum, weil auch resistente, schwer zu verhandelnde Keime mit Phosphomycin hier behandelt werden können. Dazu schauen wir uns erstmal an, was das ist. Phosphomycin ist ein Epoxid-Antibiotikum. So, dann versteckt sich hinten dran, was ist das? Das haben wir schon zwei, dreimal kennengelernt, über das Vitamin-K-Epoxid, und auch beim Carbamazepin-Epoxid, bei den Antikonvulsiven. So, nochmal gerade drauf schauen, wie sieht so eine Epoxid-Struktur aus? Die ist hochreaktiv, weil wir einen Sauerstoff haben, ja, der dann an zwei weitere Reste gebunden ist, die wiederum miteinander verknüpft sind. Eine klassische Epoxid-Struktur, die ist hochreaktiv, ja, und wir erinnern uns beim Carbamazepin, Epoxid zum Beispiel verursacht dann, dass da Leberschäden oder eine müde Depression, und auch das Vitamin-K-Epoxid, das würde relativ rasch abreagieren, wenn wir nicht die Vitamin-K-Epoxid-Reduktase hätten in unserem Körper, die durch entsprechend Kumarine gehemmt wird, da haben wir ja in der Hämostase-Logie drüber gesprochen. Das bedeutet also, was, oder wie vermittelt jetzt unsere Epoxid-Struktur im Phosphomycin die Zellwandhemmung? Und das ist ganz einfach, sie hemmt ein Enzym, oder sie reagiert, ja, oder reagiert ab, die Epoxid-Struktur mit einem wichtigen Enzym, das dadurch gehemmt wird, und dieses Enzym ist als das Schlüsselenzym zur Bildung eines unserer acetylierten Aminozucker, wo wir gesehen haben, dass sie die Peptidoglykanschicht ausbilden, und das war das N-A-M, und das blende ich nochmal ein, das war die N-Acetylmoramin-Sorbe. Wir haben ja ganz am Anfang der Einführung gelernt, wir brauchen zwei Zucker, nämlich N-Acetylmoramin-Sorbe und N-Acetylglucosamin, die werden ja gemeinsam verknüpft zum Peptidoglykankorb, ja, wir erinnern uns, N-A-M und N-A-G, und das machen wir hier nochmal unten drunter, und machen so einen kleinen Ausschnitt nach, wurden dann über Oligopeptide, die ich jetzt in Rot anzeichne, hier miteinander verknüpft, sodass eine Korbstruktur entsteht, dass wenn unsere Oligopeptide und das Enzym, das das macht, war die Transpeptidase, sodass wir nochmal ein ganz neues Zellwandhemmendes Prinzip kennenlernen, die Penicidine haben die Transpeptidase gehemmt, die diese Verknüpfung hier macht, unsere Glykopeptide haben die Oligopeptide modifiziert, sodass nichts mehr geht, und unser Phosphomizid führt jetzt dazu, dass praktisch die N-Acetylmoramin-Sorbe nicht mehr zur Verfügung steht, sodass das ebenfalls dann die Zellwahlsynthese hier entsprechend aufhebt. Was haben wir für entsprechende Keimen- oder Erregerspektrum? Und dann fangen wir mal an und nennen mal ein paar positive Keime, das heißt also, wirkt gut gegen Staphylokokken und wirkt auch sehr gut gegen Streptokokken. Und dann haben wir auch ein breites Spektrum Gram negativ. Sonst hat man ein paar rausgeschrieben, das wären also Keime wie Haemophilus, Influenzae, E. coli würde gehen, dann hätten wir hier Citrobacter würde hier dazu gehören, dann Proteus mirabilis und wir hätten auch Nyserien. Also Nyseria, Menimititis oder Gonorrhoeae, sodass wir also sehen, dass wir ein recht respektables Spektrum Gram positiver und Gram negativer Keime hier entsprechend dann haben. Und dann ist jetzt nochmal wichtig, hierzu kommen auch resistente Keime. Das bedeutet also, das machen wir vielleicht in Geld dazu, plus Methicillinresistenter Staph Aureus, der über Phosphonfidmyzin behandelt werden kann, plus Vangomycinresistente Enterokokken, die hier behandelt werden können und auch plus und eben haben wir es gehabt, also praktisch ESBL, wäre auch eine weitere Möglichkeit, die hier dazukommen, inklusive unserer Carbapenemase, enthaltenen neuen Resistenzen, die behandelt werden können, sodass wir also sehen, dass das Phosphonfidmyzin eigentlich eine sehr wertvolle antibiotische Substanz hier darstellt. So, betrachten wir jetzt noch am Schluss gemeinsam zwei weitere Aspekte, nämlich einmal nur kurz Zusammenfassung des Phosphonfidmyzins und dann schauen wir noch kurz auf die Nebenwirkungen. Hier haben wir gesehen, Phosphonfidmyzin, Epoxidantibiotikum, hemmt das Schlüsselenzym zur Synthese der N-Acetyl-Moramin-Säure. Dann Phosphonfidmyzin wird in der Regel parenteral appliziert. Es gibt aber dann für die Behandlung der unkomplizierten Cystitis bei Frauen, das heißt unkomplizierte Handblasenentzündung, auch eine orale Formulierung und das ist das Phosphonfidmyzin, Dromethanol, das dann auch oral entsprechend hier verfügbar ist. Dann ist immer wichtig, dass man aufpassen muss bei der parenteralen Applikation, das Relis ist als eine Salzformulierung, da ist viel Natrium drin, kann so nach funktionellen Dekompensation führen, das heißt also immer Vorsicht dann in Bezug auf Herzinsuffizienz. Und dann mache ich den letzten Punkt und wir schauen noch mal auf. Nebenwirkungen des Phosphonfidmyzins hier ist einmal zu beachten eine geringe Hepatotoxizität mit transientem Transaminasen-Anstieg, Kopfschmerzen können aufdrehen, auf der Haut kann ein Exanthem aufdrehen, durch die parenterale Zufuhr kann auch eine Phlebitis unter Umständen dann hier resultieren und auch hier noch mal als letzter Punkt immer Achtung mit der funktionellen Dekompensation in Bezug auf eine eingeschränkte Herzleistung. So, damit wären wir jetzt auch mit unserem letzten Vorlesungsteil durch und wir haben uns ganz tapfer durch die Zellwandsynthese immer gearbeitet. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Freude gehabt, die Daten anzuschauen. Ich selbst sage auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Not 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017